ja wir waren gestern haben wir einen schönen beach walk gemacht am squeezy beach also wenn man da entlang läuft dann quietscht der beach sogar ein bisschen und war ganz weißer sand und dann haben wir dort noch eine wanderung gemacht nach tidal river und die war wunderschön die ganze zeit am beach entlang also nicht nur direkt am beach sondern auch oben an der küste entlang somit hatten wir einen coolen ausblick über die ganzen strände und felsen die es dort gibt und das hat sich wirklich angefühlt wie im paradies türkis blaues wasser weiße sandstrände es war so schön verdammt heiß aber es hat sich absolut gelohnt und ja heute werden wir wieder wandern wo wandern wir heute ach genau noch mal am beach am whisky bay beach und dann noch zum mount bishop ja wir sind schon gespannt und ja bis dann ja die ist von hier runter und dann ist die hier gesprungen ja wir haben es geschafft wir sind auf dem mount bishop und auf dem weg hier hoch gab es nicht so viel zu sehen ganz unten gab es noch einen kleinen boardwalk also da waren diese ganzen fahnen diese grünen also ein bisschen wie im dschungel und der rest vom weg hier hoch war ein bisschen steinig wurzelig ab und zu mal ein bisschen hoch durch den wald halt also war jetzt nicht so interessant und ja wir waren jetzt eben schon hier einmal um den fels herum und da ist es mega windig wir sind fast weggeflogen aber eine wahnsinns aussicht wirklich traumhaft schön und jetzt laufen wir noch ein kleines stückchen wieder zurück da war auch eine kleine aussichtsplattform und da ist es total windgeschützt und da sieht man mehr von den bergen und dem forest und da werden wir dann auch lunch essen und ja dann schalte ich noch mal die kamera ein damit ihr seht wie die andere seite vom berg aussieht bevor wir jetzt zu dem anderen spot zurücklaufen da hinten ist das squeezy beach und wir sind gestern hier den ganzen weg gelaufen an diesem beach und genau das war das was wir gestern gemacht haben da habt ihr wahrscheinlich jetzt schon aufnahmen am anfang dieses videos gesehen und ja jetzt geht's zum lunch so lunchtime mais, reis, wie heißt es, karotten, paprika und hier ist noch eine kartoffel versteckt weiß auch nicht wie wir das immer schaffen aber immer wenn wir irgendwo an schönen punkt sind ist lunchtime und ja das ist jetzt hier die andere plattform hier hat man ausblick auf die anderen berge und ja zieht gerade ein bisschen zu aber ich hoffe dass es nicht regnet da kann ich umgucken ja eigentlich wollten wir uns jetzt hier am beach schön erholen wir sind hergekommen war strahlend blauer himmel und jetzt alles wolkig ja das heißt wir fahren jetzt nach hause weil es uns kalt ist ja wir sind ein bisschen weichei deswegen ist das jetzt auch das ende vom video und ja ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wieder macht's gut